So, jetzt wollen wir mal gucken. Popcorn aus der Mikrowelle, beziehungsweise für die Mikrowelle. Na, schauen wir mal. So, das ist mein Gebrauch, da muss ein bisschen stolz sein. So, Upp, kommt nach oben. Und, naja. Da kann man sie ein bisschen schütteln, packen wir das hier in der Mikrowelle. Ah, da dreht sich doch nicht. Da ist doch hier viel zu, oder? Das ist doch scheiße, da soll das so viel zu sein. Warte mal, Moment. Mal das hier mal so. So, 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 oh, so. So, probieren wir es mal. Mal gucken. Kann ja wo schief gehen. Die haben zu scheiße. So, dann machen wir mal, was weiß ich hier. Ist jetzt gar nicht wieviel Watt die hat. Zweieinhalb Minuten, okay. Und Feuer frei. Und das explodiert halt die Arschgarte hier. Wenn ich aufhört zu poppen, dann soll ich aufhören nochmal. Mischen tut schon mal gut. Noch popptet. Bisschen noch. Eier. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Die Klobe. Jetzt Musik aufhören. Die Scheiße. Noch 10 Sekunden. 6, 5, 4. Die Klobe. Reicht. Stecker raus hier. Die Klobe. Die Klobe. Die Klobe. Die Klobe. Die Klobe. Schütteln. Schütteln. Die ganze Scheiße. Dann gucken wir mal. Handy hinlegen ja. Dann stellen wir mal kein Stativ an. Und? Na ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist doch schon mal ganz gut aus. Das ist doch schon mal ganz gut aus. Das ist doch schon mal ganz gut aus. Machen wir über nächste Woche. Ja. Geht so. Geht so. Bisschen pappig auch manchmal. Bisschen pappig auch manchmal. Popcorn aus der Mikrowelle.